Ich schaue schon auf das Haltbarkeitsdatum, aber ich bin sicher nicht der, wenn etwas abgelaufen ist, dass ich das dann sofort in den Müll hause. Ich glaube, bei vielen Produkten ist es einfach das Probieren, ob es noch gut ist. Dann kann man es auch ohne weiteres Essen, wenn das Ablaufdatum schon verfallen ist.